Seit bekannt wurde, dass die Jury der Castingshow Das Supertalent komplett neu besetzt wird, brodelt die Gerüchteküche. Nun wird Einnahme ins Spiel gebracht, mit dem man so gar nicht gerechnet hätte. Angeblich soll Lukas Podolski künftig in der Jury sitzen. Das berichtet die BILD-Zeitung und beruft sich dabei auf Informationen aus Produktionskreisen. Bisher habe Podolski jedoch weder fest zu, noch abgesagt. Der Fußballer steht immer noch bei dem türkischen Verein Antalya Spor unter Vertrag. Und auch sonst dürfte Podolski viel beschäftigt sein. In Köln betreibt er eine eigene Eisdiele sowie einen Dönerimbiss. Frischen Wind würde er jedoch allemal in die Show bringen. Laut der Quelle soll ein weiterer Promi neben Poldy am Jurypult Platz nehmen. Komiker Harpe Kerkeling. Bestätigt sind all diese Gerüchte jedoch nicht.